So Freunde, weiter geht's in der zweiten Runde hier in Rio. Boah, relle Mucke. So, warte mal, hier rein muss ich. Hier ist mein Startpunkt. Oh. Aber nicht. Warum? Boah, warum ey? Wir gehen das jetzt hier ganz langsam an. So. So, reicht mir erst mal. Oh, oi, oi. Wow, das war cool. Nein! Why? Scheiße, Mann. Rrrr. Mann, ist das ärgerlich. Ich bin jetzt hier immer noch erster. Leonora mal Caps Lock. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das genau verläuft. Es kann natürlich in der dritten Runde noch jeder geil sein. Wenn ich jetzt 2x99 hätte, dann könnte ich easy die dritte Runde skippen. Aber so lassen wir es lieber mal. Mein Gott. So, Moment. Machen wir so. So. Mann, warum? Oh. Warum kriegst du das nicht gebacken, Mann? Ich krieg ja auch schon automatisch noch das Redpunkt auf jeden Fall. Ich hasse es gerade einfach ein bisschen. Ja, ist eine scheiß Runde so. Müssen wir nicht schön reden. Ja, vor allem wenn sie einfach rausfliegt random so. Einfach keinen Bock mehr auf ihr Leben hat so. Trotzdem so viel. What the fuck. Nee, dürfen wir trotzdem noch erster sein. Ja, Gott. Immerhin ey. Eins Punkt Platz. Was auch immer. Glückwunsch. Du hast die Goldmedaille gewonnen. Fortstart, okay. Oh, Flughafen. Oh, Flughafen wird super. Okay, dann verteilen wir mal Punkte. Ich geh echt mal in die Balance. Ey, ich hab das Gefühl, ich schwack dir mal viel zu schnell ab. Und noch rein in den. Ja. So. Ja. Aber ich will auf jeden Fall nochmal eben, äh, nochmal eben rein und letztes Mal einen Steppunkt da oben holen. Der eine sehe ich da oben und der andere, keine Ahnung. So viel Zeit muss sein. Neuer Wettbewerb. So kann man es auch nennen. Okay. Ah ja, da ist der andere. Da rechts. Das war easy. Okay, dann muss ich jetzt einmal da oben raufkommen irgendwie. Wahrscheinlich einfach. Ich nehme mal die Easy-Methode hier. Die nicht so easy ist. Ach, come on. Ah, machen wir es einfach so. Warte mal. Ne, es geht nicht. Ähm. Komme ich auf diese hässliche? Alter, wie komme ich darauf? Äh. Fast. Also verfolgen, ob es hier irgendwo einen klugen Punkt gibt, um anzudocken. Hm. Wahrscheinlich aber direkt hinter mir so. Warte mal. Ja. 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 Geez. Wenn da bei mir ist, Why? Zb, dass du nie ung in die Hünn tra 배 vez base nie soomma才? Keine Phillderans. Sind ja. 보는 crear. Jägerisch. Ja, ja. Ja. Ja, chaque. Ja. Ja. Nä. Ja, ja. 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 Ja, ja. Auch. Ja. Ja. oversiin ja. 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 Vielen Dank. Okay. Hä? Wie komme ich denn da hoch? Ich bin eigentlich ein bisschen verwirrt. Äh. Mann, du sollst rausspringen aus der Pipe, Mann. Frau. Aber auch nicht so weit, so wie es dir irgendwann im Mund immer tust. Oh, 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 das war schön. Dann war... Hey, wo ist denn der Step-Kunk? Bin ich doof. Hä? Der war doch gerade hier. Da. Oh, nicht runter. Okay, muss definitiv auf die... Oh. Hä? Alter, wie komme ich so hoch? What the fuck? Vielleicht... Oh. Okay, Moment. Das könnte klappen. Wenn ich da einfach, äh, rausfahre. Und dann ganz easy. Ja, danke. Let's get dirty. Das hätte ich mal eben gebraucht, die Laien hier. Ja, äh. Wäh. Okay. So. Hier, Wettbewerb enden. Ja, ja. Ich habe nichts gerissen. Ich weiß. Bla, 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 bla. Ist mir egal. Ich habe die Goldmedaille schon. So. Dann machen wir einfach mal auf Hangtime und auf Tempo. So. Ja, ja. So, nach sieben Minuten können wir noch ordentlich mal das nächste Level gehen. Schön. 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 Hat ein bisschen gedauert, aber wir haben jetzt alle. So. Fortstadt. Ha. Ich level. Ach, das Level. Ah, ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen verhasstes Tony Hawk Level. Aber ich weiß es nicht so genau. Schauen wir mal. Ja. Ich habe es ja nie gespielt, ne? 45.000. 110.000. 200.000 Punkte. Ja, schau ich. Finde das versteckte Tape mal wieder. Healflip am Trailerhop. Zerdrück. Fünf Kürbisse. Ich konnte gerade nicht lesen. Hilf dem dünnen Mann. Mhm. Der Satellitenschüssel wieder Saft oder so, glaube ich. Okay. Klingt machbar auf jeden Fall. Das war interessant. Ah, ja, mein Pool. Das ist natürlich wunderbar. War ein wortwörtlich ein Pool. Oh, oh. Also muss ich nicht jedes Mal neu starten, wenn ich mal auf die Schnauze fliege. Ich muss ihn einfach nur sammeln. Das hilft schon sehr, sage ich mal. Was ist der Mitter, Mann? Was ist der Mitter, Mann? Fick dich. Ich muss nicht immer neu starten dann, Mama. Einfach ein paar Punkte holen. Gott, dieser Eiswagen, Alter. Da werde ich ja ganz wuschig mal. Scheiße, ja. Dieses Lied ist nämlich auch so fehlerhaft, glaube ich, in den Johnny-Hawks-Soundtrack gekommen. Jetzt Exhibit. Nichts gegen Exhibit, aber... Es hat irgendwie... Also richtig zum Skaten passt es nicht. Also... Nicht... Mh... So langsam. Eigentlich ein schönes Lied. Warum? Warum bin ich auf die Schnauze geflogen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ach, komm. Ne, ich will die Punkte jetzt zuerst haben, Alter. Geht mir jetzt auf den Sack. Das, was mir dann mal am meisten Sorgen macht, ist schon mal weg. Das, was wahrscheinlich den meisten Leuten am wenigsten Sorgen macht. Ach. Macht mir am meisten Angst. Dass ich da nicht hochkomme, so, ne? Um natürliche Art und Weise. Ja. Titi! Oho. Wie spät kam der McTus, bitte? Egal, es reicht ja. So. Damn. Damn. Uiui, okay. Nein. Geht doch gar nicht mehr so viel wie wir. 200.000, ne? Oder waren es über 200.000? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Äh... Ja. Wunderbar. Ich glaube, er sagt, take your chances oder so. Achso, ne? Umso öfter wir, umso öfter wir bestimmte Tricks versuchen, desto weniger, ach ja, Punkte bringen sie irgendwann. Soll ich dazu aufleihen nochmal wehen? Und bei mir sind wir immer Standard, sobald ich die Punktzahl habe, lege ich auf einmal die fettesten Kombos hin. Seht ihr? Ich knack auch noch die 300.000. Klingt wahrscheinlich noch die 400.000. Ah, nicht wenn einfach Special Leiste gar nicht will. Ja. Ja. So. Punkte haben wir. Schön. Brr. So, was können wir noch machen? Hm... 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 Das Geld sammeln, oder? Ganz klassisch erstmal hier. Oder halt die Punkte sammeln. Auch immer eine gute Sache. So. Na, da muss ich wieder irgendwie da oben raufkommen. Gar keinen Bock drauf. Okay, das schon mal ein Kürbis. Dich werde ich mir mal in meinen verleiben. So. Ich gebe mein Bestes. Arschloch. Oh Gott. Wo fliege ich hin? Halt dein Maul, Mann. Das könnte ich schaffen. Moment. Kann ich einmal aus der Fallbrot fliege? Nee. Nein. Ich werde einen Setpunkt haben. Oh, ich kann Busch am Unterfahren. Ich gebe nicht auf, wie wir das so schaffen. Ja. So. Hier habe ich drei oder so. Das ist ja aufs Dach auch. Hab ich richtig gesehen. Glaub ich schon. Ich bin klar. Ich habe einen K gefunden. Ficken. Wie geht's gut? Nee. Oh Mann, ich komme noch nicht so geil aus. Die mit einem Pal... Mädel. Hör auf damit. Ich gehe da raus. Danke. Danke. Okay. Nein. Oh. Ich habe eine Axt gefunden. Aha. Okay. Äh. 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 Boom. Und. Boom. Äh. Tony Hörk. Okay, da ist noch einer. Ganz easy. Ach, war der dritte erst. Äh. Okay, wir können eigentlich mal eben hier... Zack. Das war schön. Warum kann ich ja nicht wallriden? Das ist so kacke. Aber warte mal, ich kann hier bestimmt... Ja. Okay. Dann ist doch vor kurz auf die Buchstaben. Warte, das ist T. Da war das A. Zeig uns was. Nee. In dem Level muss ich keine beeindrucken, also mache ich es auch nicht. Wow. Okay. Ich muss wahrscheinlich einen Transfer machen. Ich sehe nicht, wo ich bin. Hilfe. Nochmal. Mhm. Und das E. Großes E. Scheiße, habe ich den eben schon gesehen, irgendwo? Muss nochmal in den zentralen Platz hier. Da. Okay, einmal nur da hoch, oder? Äh. Hm, 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 hm. Okay, sehr schön. Ähm... Dann kann ich ja nochmal mich an meinem liebsten Zeitpunkt versuchen, eigentlich. Oh Mann, er will ihn besser hoch. Glaube nicht. Achso. Hm. Äh. Ach komm, das bringt doch nichts hier. So. Ich muss diesen scheiß Zeitpunkt irgendwie kriegen da hinten. Oh. Muss ja... Da liegen wir jetzt auch irgendwie noch in Saft geben, oder so, ne? Ey, wenn man nicht 100% gerade landet, dann kriegt man direkt auf die Schnauze. Oh, das ist schon hart. Das ist schon hart. Äh. Oh. Möchte ich hier hin? Ja, ich möchte hier hin. Okay. Oh. Das war interessant. Ups. Hör doch auf zu fahren. Hör doch auf. Und das rum. Eigentlich war mein Plan auch ein ganz anderer. So nämlich, genau. Danke. So, was muss ich mit dem Gerät hier machen? Das geht, glaube ich, an. Dann muss ich irgendwas mit der... Line da machen. Warte mal. Dusch. Wie, der Würse-Wörter benutzen? Mann, da wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte an der Line. Oh. Manchmal hat das Spiel aber auch echt so ein bisschen Probleme zu erkennen, was ich möchte. Komm. Bringt noch nichts. So, letzter Try, denke ich. Was müssen wir denn noch machen? Check the tape. He-Flip im Trailer-Hop. Äh. Ach komm, ich gebe der Satellin nicht so den Saft, ey. Das muss doch... Ja, ich muss halt die... Oh, ich sehe schon. Ich muss die Äste wahrscheinlich alle wegfahren, ne? Nee, nee, nee. Boah, fliegt er nicht herüber? Audi-Neighbor. Oh, ich kriege das Kotzen, Mann. Hör auf damit. Ich... Ah. Mein Gott. Steuerung. Oh. Okay. Wir machen doch was anderes. Ich helfe mir mit meinem blünen Mann. Ich habe ja eben diese Axt hier gefunden und ich glaube, die muss ich da einmal hinbringen. Ich glaube, der kann was damit anfangen. Der stand hier an dem Ding, ne? Irgendwo. Hier, ne? Ja! Böse Nachbarn. Alles weg. Okay. Fliegt er lang. Okay. Es war auf jeden Fall irgendwie ein, äh... Vampir oder so. Äh, warte mal. Was war das nochmal hier? Habt ihr es gesehen? Uh. Alles sehr gruselig hier. So, hier ist bestimmt das Deck, oder? Oder der letzte Step-Punkt. Den nehm ich auch. Uiuiui. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das. Äh. Äh. Okay. Hier sind Sachen los. Ich gucke hier gerade mal überall. Nicht, dass hier irgendwo das... Da habe ich was gesehen, oder? Jetzt war die Flamme. Oh, da oben kann ich rein. Moment. Okay. Äh. Sure. Ah. Und das war direkt die Tape. Schön. Weiß es doch nicht alles umsonst hier. Hm. Gut. Das, äh... Deck fehlt natürlich noch, ne? Und wird das da nicht gewesen sein? Da oben? Da oben ist es. Boah, wenn ich jetzt richtig geil bin... Fähre ich das noch. Ha! Ich bin richtig geil. Ha! Achso, ich skate übrigens gerade mit dem neuen Deck. Sieht man das? Hm. Mit dem, was ich aus dem ersten Level gefunden habe. Eigentlich. Ah, nicht gespeichert, glaube ich. Ah, schön. So. Das sind jetzt eigentlich alles machbare Aufgaben. Ja. Das... Ja, doch eigentlich schon. So. Okay. Äh. Gehen wir mal ein bisschen auf. Bam und bam. Und auf. Ja, komm. Machen wir mal meine Spinnow ein bisschen besser, ne? Muss ja auch mal sein. Speichern wir. Und das war's dann auf jeden Fall für heute. Nächstes Mal geht's dann weiter mit dem Level. Ah, es geht ja wohl wieder gut voran. So, ne? Kammer Folge 4. Wir haben noch mal die Hälfte der Gebiete. Ne, aber die letzten Level werden wahrscheinlich noch mal ein bisschen härter. Also von daher alles cool. Ja, ich freu mich auf jeden Fall. Äh. Er hat gerade gespeichert, ne? Gut. Dann sag ich mir einfach danke fürs Zusehen. Ich hab's gefallen. Und wir sehen's jetzt mal hier wieder. Und dann beenden wir, denke ich, das Level. Und gehen auch ins Nächste schon. Also bis dahin, ne? Tschüüüüüüü. Vielen Dank.